So hallo, ich begrüße euch zum vorletzten oder letzten Part von Infernum, mit dem Level Infernum. Wir sind alle gespannt, was uns erwartet, Sal, hat gesagt, das Ding hat 15 Räume, wir wissen schon, es gibt einen 3-Phasen-Boss, danke Twakes. Ähm, ja. Hier komme ich schon mal nicht hoch. Ja, das ist übrigens wieder ein Conan-Switch, ne, den solltest du jetzt erstmal nicht benutzen. Ah, der Switch ist von, für mich. Ja, wenn du die erste Hälfte skippen willst, ja. Ach, der, ich hab jetzt, ich hab jetzt gedacht, die Message-Box, nein, der Switch, also Switch weg. Die Message-Box kannst du gerne lesen, da steht nichts Besonderes drin. Okay. Das 5, dann 7, dann 3 Räume. Ach, das ist wieder sowas. Ja, richtig. Aber diesmal kenne ich's überhaupt nicht. Ah. Ja, das Konzept hat ja schon so gut funktioniert, vor allem mit dem Cooper da, äh, im letzten Level, das überhaupt nicht funktionieren wollte. Das wollte ich sowieso nicht mal fragen. Kann es sein, dass das einfach daran liegt, dass das ein vertikales Level ist und du mir da keinen P-Switch geben darfst? Ne, das hat damit nichts zu tun. Es, äh, sollte eigentlich schon funktionieren. Okay. Geh mal nochmal hier rein und sammle mal die Yoshi-Coins und ich müsste es inzwischen gefixt haben. Hab da bisschen was umgebaut. Mal schauen, ob er jetzt kommt. Da bitte. Jawohl. Alles klar. Gut, dann hat's ja funktioniert. Ja, hab das Setup noch ein bisschen vereinfacht, dass der Cooper auch ja nicht sich selbst umbringen kann mit der Shell oder was da passiert ist. Dann haben wir das geklärt. Und können hier rein. Ja, Twex hat für den Fledermausraum übrigens ungefähr eine Stunde gebraucht allein. Was nix heißen muss, du hast dir mehr Skill, ne? Mhm. Wenn wir das aber jetzt nicht wieder so machen, dass ich hier jeden Raum nur ein State oder beziehungsweise gar kein State mache. Ich glaube, das tut. Ah, okay, da brauche ich die. Wobei, die kriege ich noch ohnehin. Achso, und jeder Raum ist wieder am Ende eine, 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 äh, eine, äh, Yoshi-Coin. Wichtig. Also, Twex hat halt auch nur einen Safe State pro Raum benutzt. Wie gesagt, HF hat das alles am Stück geschafft. Irgendwas sagt mir... Au. Dass ich die gar nicht am Anfang an die killen will. Aber man meint, da ist ein, da ist eine, da ist eine grüne Münze, aber eigentlich nutze ich hier gar nicht so ein Viech. Ist das dann schon falsch? Na, überleg mal, wie du an die Yoshi-Coin rankommen willst. Ach so, ich muss die Brücke... Oh mein Gott. Beste SMW-Mechanik seit 2008. Oh, ne. Also muss ich den mittleren Block auslösen. Richtig. Ah, ich muss in der Lücke landen von den Zweien. Ja, das machen wir mit Safe State. Das ist mit so. Welche bekloppt. So, okay, zack. Und dann hier, zack, und dann da hoch. Ja, das ist schlecht. Ich habe aber verstanden den Anfang. Oh mein Gott. So. Das ist halt die Frage, mit welchem ich... Wir sind immer da, wo die Münze ist, am besten. Und die anderen lasse ich am Leben. Versuchsweise. Nein. Okay. Aha, ich habe den schon wieder vergessen. So, während du hier schön am rumfälen bist, was das Auslösen von unsehbaren Blöcken angeht, werde ich, nachdem das ja auch der 40. Part sein müsste, bisher ja kein Jubiläumsspecial hier kam, einmal Kommentare sämtlicher Videos vorlesen. Yay. Also, Video Nummer 1. Das war schon der Raum. Okay, also ohne mit Safe State macht es den natürlich gar nicht. Ja, okay, verstehe. Video Nummer 1. Conan. Hahaha. Deine Schüsseligkeit ist echt ein richtiges Markenzeichen, das die Let's Plays so viel sehenswerter macht. Nicht nur, was du teilweise zusammenspielst, auch solche Situationen wie 1505, das sind einfach legendär und echt nur bei dir zu sehen. Es schreibt, dark great moron. Ja, das war da. Ne, 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 ne. Nein, ich hab den nicht, wo hab ich den nicht auf, wo hab ich den vergessen? Ich trottel. Wo hab ich den denn vergessen? Oh, ich bin so doof. Gut, ich mach mal weiter. Zweiter Kommentar. Chosen 2. Juhu, wieder SMW. Das verlangt noch einen Death Counter. Tode. Gesamt. 130. Bei vielen Safe States und Revants wird die Zahl ungenauer. Top 2. Tödlichste Level. Nach Conan im ersten Part. IFO. Tode. 114. Diske Gaudere. Tode. 15. Villa Videntis. Tode. Bis jetzt 1. 37, 40. Wir hatten mal einen Lehrer, bei dem es entweder die volle oder gar keine Punkte gab. Sprich, wenn du alles richtig hattest und dann am Schluss einen kleinen Rechenfehler hattest, dann zack, 0 von 10. War damals echt frustrierend. Wir als Schüler mussten uns dank Gerechtigkeit erkämpfen, dass das anders bewertet wird. Das geht auch überhaupt nicht, klar. Also da ist es ja... Ja, Antwort von Conan Kun 88. So zu bewerten ist pädagogisch eine komplette Katastrophe. Im Ingenieurwesen ist es üblich, weil dafür ein Rechenfehler am Ende... Okay, das ist total objektiv mit seinen eigenen Kommentaren vorgelesen. Auch am Ende zum Einsturz der Brücke, theoretisch, aber in der normalen Schule absolut fatal. Und dass ihr euch da durchsetzen konntet, das geht echt gar nicht. BTTR Edits schreibt, wer diesen Part disliked, der... Oh, warte, wir schreiben YouTube 2021. Nerdnussmutter schreibt, erstmal in Hex spielen, der in Fernum heißt und auf Latein ist. Das ist doch absichtlich Provokation. Sonne schreibt, ich war auch kurz irritiert. Und der Fall 13 schreibt, 849, Just Confidence. Silaikan, ist die lateinische Grammatik korrekt. Exitus als Plural erscheint fragwürdig. Allerdings ist Exitus ja ein Bestandteil der U-Deklination. Und somit, um hierauf einmal zu antworten, ist der Plural von Exitus ebenfalls Exitus. Exitus, Exitus, wir hören mal. Wir machen weiter mit Part 2. Nein, ich hab's vergessen. Hier oben, nein. Part 2. Bitte. Als Tipp würde ich das 2. Level platzieren, da es leichter ist als IFO. Das Rekordere wurde 18. Minute 30, 43. Schön, dass man hier auch beim Speedrun ein Dankeschön an HF sieht. Große Klasse und danke an euch allen, auch von meiner Stelle. So ein Hack mit diesem Contentumfang zu bauen und zu testen, ist echt viel Arbeit. Was ist, ich darf nicht springen? Was ist mit springen? Ich darf nicht springen? Richtig, das tötet dich hier. Okay. Okay, Spin-Shop auch nicht. Also kannst du mal springen, dann passiert nämlich das hier. Spin-Shop auch nicht, alles klar. Counter-Fight-13 schreibt, erklär doch mal, welches Level das schlechteste ist. BTT-R-Statte schreibt, SMW kleiner als 3. Wir machen weiter mit Part 3. Counter-Fight-13. Conan macht seinen Schülern im Unterricht ein X für ein U vor. Platz unter Wizzard. 15,05. Also im Pröpaar mit zwei Elementen gilt X mal X ist gleich X. 36,32. Item-Review spielt ja nicht, aber solche Sprünge dann doch. Sad. Antwort von ConanCon 88. Wobei man das ja trotzdem weiterhin als X hoch 2 interpretieren könnte, wenn man halt sowieso nur das 1 und das 0 Element einsetzt. Oder liege ich da falsch? Ist schon zu lange her. Äh, lacht der Smiley. BTT-R-Addis schreibt, Mammut-SMW-Projekt PogChamp. Part Nummer 4. Chosen 2, Death-Counter. Tode insgesamt 1043. Top für tödlichste Level nach Conan. Exegratium Idatis. Tode 223. Marnafaukes. Tode 193. Vela Videntis. Tode 189. Viscis Perurentis. Tode 125. Boramortis. Tode 127,30. Ich denke, dass da zwei Sprite durchlässige Blöcke das Problem nicht zu 100% lösen werden, da man ja immer noch scrollen kann, um den Maul neu zu laden. Aber dieser Part wurde ja inzwischen zum Glück schon gefixt. Ich wollte gerade sagen, das war ja ein kurzer Part. Äh, kommt noch eine Scheichelle runter? Natürlich. Jeder Raum hat am Ende so einen Troll. Was hatte denn jetzt der andere Raum für den Troll? Ja, gut, der mit der Fledermaus, ähm, dass da, äh, diese Fledermäuse vom Anfang so eine Wand dann auf dich zu fliegt. Das war nämlich schnell genug. Ah, okay, hab ich gar nicht mitbekommen. Stabil. Richtig. Chosen 2, Death-Counter. Tode gesamte 1169. Top für tödlichste Level nach Conan. Exegratium Idatis. Tode 223. Marnafaukes. 193. Vilevidentis. 189. Piskus Viroventis. 125. Huramortis. 120. Nicht in den Top 5, aber in diesem Video. Andrum Talpe. Tode 78. Ludum Parvum. Jetzt kommen Vus. Vus hier. Richtig. Ein ganz besonderer Buchraum ist das. Äh, Andrum Talpe. Talpe. Tode 78. Ludum Parvum. Vier. Tode 51. Fast alle Todes sind hier nur theoretisch. Conan ist zwar fast nie gestorben, aber neben, nachdem er runtergefallen ist oder die Coinsnack gestoppt hat, wäre der Tod die einzige mögliche Option gewesen. Drake schreibt, das wird was in den späteren Palästen Monka ist. Das wurde auch tatsächlich was, ja. Ja, wurde schon lustig im Blau. Wir kommen zu Part 6. Nein, zu Part 7. Ne, zu Part 6. Entscheide dich. Ja, Part 6. Ich hab nur das falsche Video vorhin angeklickt. Einziger Kommentar ist von Chosen 2. Death-Counted Tode 1414. Top 5 flüchtlichste Level nach Conan. Exigratio Midatis 223. Magna Foukis 193. Villavidentis 189. Einiges nachzuholen. Da hat dann keinem mehr geschrieben irgendwann. Ja, Cummites Crepri 147. Sehr ungenau wegen den vielen Weweins im letzten Stream. Die meisten Tode kommen auch daher. Viscris Reoventis 125. Nicht in den Top 5 haben in diesem Video. Villa Orbis 97. Part 7. Das war das lustige Puzzle, wo du dran verzweifelt bist. Super. Haben wir ganze fünf Kommentare dazu hinterwissert. 45, 56. Huch, das Puzzle ist ja sogar gut. Die Kranik ist großartig. Drake schreibt. Ich bin froh, dass die andere Hälfte spielen durfte. Ah, es geht doch so. Und die neue Zeit. Nein! So doof. Von Con88 antwortet. Ja, aber gerne doch. Ja, war so dämlich ein Spieler. Connecon88 antwortet. Einfach Dauerschleife. Passt immer. Gott, bin ich lustig. Ja, Part Nummer 8. Äh, das Schloss mit Müdigkeitserscheinungen. Vier Kommentare. Dazinterwissert schreibt. 28, 26. Dieses und Item Abuse war sehr schön reingeschlichen. 34, 45. Also Cruella Mario 2 kann ich wärmstens empfehlen. Der Hack ist wirklich super. Finde ich persönlich übrigens auch. Drake schreibt. Das Schloss ist wohl eines meiner Top 5 Level. Counterfight 13 schreibt. Da ihr über Musik geredet habt. Ich hoffe, dieser unsägliche Remix kommt nie in irgendeinem SMW-Hack vor. Und dann folgern einen YouTube-Link. Zu erkannt schreibt. Die Musik ist furchtbar. Part Nummer 9. Das Level, wo alles dunkel war. Und du am Ende am Goal-Opfer verzweifelt bist. HF schreibt. 16 Minuten. Ich habe jedes Level ohne Save-States gespielt. Das ist das Level schon, okay. Also du hast dich tatsächlich da dran gehalten, das ist wieder zu cool. Ich brauch den Scheiß, Buh. Ja, richtig. Das hast du gut erkannt. Ich lese weiter vor. 16 Minuten. HF schreibt. Ich habe jedes Level ohne Save-States gespielt. Ja, das beinhaltet auch dieses. Dieses hier war nicht mal wirklich schwierig bis auf das Ende. Das sah bei mir aber ganz anders aus. Keine Ahnung, was dir am Ende los war. Das sah irgendwie noch unschöner aus als meine ursprüngliche Version. TheRealRasierer schreibt. Ich bin hier auf YouTube und kann sagen, ich habe die meisten Gegner Hindernisse erkannt. Man sieht zwar sehr schwer was, aber dass da was ist, schon. Im Prinzip eine gute Level-Idee. Allgemein den Hack finde ich bisher sehr gut. Klammer auf, sowie einigermaßen auch con-Skill. Eckige Klammer auf. Da ich aber nicht besser bin, halte ich meinen Mund. Eckige Klammer zu. Runde Klammer zu. Finde allerdings nicht gut, dass Sariel in der Folge fehlt. Hat einfach ein bisschen Kompetenz im Video gefehlt. Einen allein wirkt so hilflos. TheRealRasierer schreibt. Wie bist du im... Wie kannst du im Nacht... Wie kannst du im Nachtlevel etwas erkennen? Ich sehe da gar nichts. TheRealRasierer antwortet. Die Schatten zu sehen ist wirklich schwer. Ja, also verstehe ich vollkommen. TheRealRasierer schreibt einen zweiten Kommentar. Das ist los. Dieses Level ist extrem schlecht durchdacht. Muss gelöscht werden. Das war das Dunkelheitslevel, ne? Richtig. Gibt es ja einige von, aber das war das Dunkelheitslevel, wo du nur die Schatten... Naja, ja, ja, genau. ...verkundes erkennen kannst. Part Nummer 10. Ich stelle mich wieder an... Sorry, hier ist der Part. Wir haben acht ganze Kommentare. Kommt der jetzt noch? Nee. Oh, ich mach einfach mal. Half schreibt. Normales Spieler, Doppelpunkt. Versuchen irgendwie zu sehen, was Offscreen so ist, wenn da eine Shell lang lootsen müssen. Conan, Doppelpunkt. Brennt 10 Minuten lang mit dem Kopf gegen die Wand, bevor man nachkuckt, wohin die Shell eigentlich soll. Du machst es dir manchmal auch echt schwerer als nötig wäre, Lell. Als es nötig wäre, Lell. Wie mach ich das denn, dass der BDU nachkommt? Bis da aus der Selbstdraus finden, ich lese weiter den Kommentar von Dark Great Moron. Conan Mann, es ist so derbe und unterhaltsam, wie du spielst. Nichts daran stört als Zuschauer und du machst dich da bekloppt, dass man sich das nicht anschauen kann. Es muss ja nicht völlig übertrieben sein, aber ich freue mich sehr, mal wieder anspruchsvollen Kaiso-Kram bei dir zu sehen. In der Hand davon, dass es natürlich noch cooler ist, dass der Hack von Sariel ist. Und würdest du für Stellen noch doppelt so lange brauchen im Vergleichsdärzte, wäre es immer noch ein Eis. Bitte TR Addits schreibt, anstatt L und R das nächste Mal Pfeile als Indikator verwenden, XD. Tweaks schreibt, Conny, du, da stehen ständig so Wufstaben auf deinem Bildschirm. Ich glaube, die wollen dir etwas sagen, bin mir aber nicht ganz sicher, was genau. Zulekan schreibt, kannst du dir bitte dieses ganz kurz reingucken abgewöhnen, das verlängert jedes Video erheblich. Conny 88 antwortet, ich bin zu neugierig, aber ich versuche es. Nochmal kommt man ja doch noch weiter und kann ein weiteres Level abschließen. Doppel-Zirkum-Flex. Aggressor schreibt, ist das nicht auch die Überschrift deines Kanals? Counterfight 13 schreibt, hättest mal besser gestreamt. So, ein Viertel ist durch, wir machen mit Part 11 weiter, Rücke in Schatten-Level und Tetris-Level-Secret. Zwei Kommentare. Real Rasierer schreibt, komisches Ende, aber cooles Tetris-Level, das war, wo du den Part nicht beendet hast, am Ende, falls du dich erinnerst. Ah, ja, ja, ja. Und Counterfight 13 schreibt, danke für die Schlaufe am Ende. Das verstehe ich jetzt heute nicht, wie ich das gemacht habe, wieder aber, naja. Ja, Part Nummer 12, marische Drehsprünge. Counterfight 13 schreibt, bist du nun schlauer, was 549 angeht? Conny 88 antwortet, ja, der Boden war ja allgemein durchlässig. Und das war einfach der drehende Turnblock, der dazu schnell wurde. So wäre das auch viel einfacher gewesen, von Anfang an, Doppelpunkt D. Part Nummer 13, ich glaube, ich habe da was gebraked. Das war das Schloss, wo du den Schlüssel quasi die ganze Zeit mitgeschleppt hast mit deinen Safe-States. Er ist wieder weg. Ah, leck mich doch! Scheiße, ich glaube, ich kann nicht so weit reweinen. Ja, ich lese einen Kommentar von HF vor. Conny ist mittlerweile schon so am Safe-Staten, dass er nicht mal mehr mitbekommt, dass er einen Midway einsammelt. Bei jedem Tod danach den Schlüssel nicht mehr wiederbekommen hätte. Stattdessen wird sich groß gewundert, warum der Schlüssel die zweite Hälfte komplett breakt und es werden 300 Safe-States aufgewendet, um den zu behalten. Und am Ende wird noch gesagt, hier ist der legitim, weil man den Schlüssel ja regulär bekommt. Conny, please, versuch doch bitte wenigstens so zu tun, als ob du es ohne Safe-State spielen würdest. Trauch, ja, smiley. Conny 88 hat geantwortet, daran habe ich nicht gedacht. Aber ja, stimmt, der Schlüssel wäre für einen normalen Spieler weg. Gutes Spieler könnten ihn trotzdem behalten, also nicht täglich. Drex hat geschrieben, du machst auch echt nur Unfug. Genau wie in diesem Raum gerade. Ich habe das Gefühl, ich darf mich nie umdrehen, aber... Oh ja, ich darf mich nicht... Ich verstehe es. Genau, Part Nummer 14. Ja, ich habe es verstanden. Ein unironisch schönes Eiswasser-Level. Neun Kommentare, was ist denn da los? XRF schreibt, 18 Minuten 20 Sekunden. Das Hindernis geht mit Safe-States halt völlig kaputt. Ohne Safe-States bewegen sich die beiden Fische halt quasi zufällig. Global Timer Mod 8 und davon, wie lange die anderen Fische vorher schon aktiv waren. Sodass man halt ziemlich wenig Ahnung hat, wohin die Fische in der nächsten Sekunde gehen werden. Mit Safe-States weiß man es halt vorher. Äh, Sariel hat geschrieben, sieben Minuten zwölf. Wie ist das denn gedacht? Antwort, du hittest den Turnblock, auf dem der P-Switch liegt. Und wenn der Switch dann unten liegt, drückst du ihn direkt. Daher verließt du deinen Spin-Shop und kommst ganz einfach zum Thomp rüber. Dass du einen Alternativweg findest, war ja mal wieder klar. Halber Punkt also für dich. Endergebnis stimmt, aber der Lösungsweg leider nicht. Ja, so haut's hin. Halt, stopp. Solange durch die Aufgabenstellung kein direkter Lösungsweg vorgegeben ist, darf auf alternative Lösungswege kein Punktabzug erfolgen, solange die Bearbeitung nachvollziehbar bleibt. So ist es. Sulekan hat geschrieben, man kann das erste Level theoretisch auch ohne Safe-States und ohne Midway-Point spielen. Dann behält man den Schlüssel. Es fehlt etwas, an dem man nach Einsammeln des Midway-Points zwingend stirbt. Spikes hat geantwortet. Na, es fehlt nichts, was einen nach Eins-Check-Point umbringt. Der Sieg-With-Exit ist, so wie er momentan existiert, halt das Problem. Man soll den ersten Part ohne Key spielen und ihn mit Key zu spielen ist schon ein Break. Wobei, wohl auch nur, wenn man Safe-States benutzt. Da es aus dem Spin-Jump ohne Patch auch random sein sollte, in welche Richtung du im Key wirst, bin mir unsicher, ob du ohne States als guter Spieler so durch die erste Hälfte kommst, bist halt dem Zufall ausgesetzt. Konko88 hat geantwortet. Sariel hat sich schon darum gekümmert. Dazu kommen wir dann im morgigen Part. Freaks muss halt sagen, wegen sowas bist du echt der perfekte Tester. Sulekan hat geschrieben, du magst die Kombination aus Eis und Eis. Konterfei13 hat geschrieben, Sternchen, Sternchen, I move away from the MiG to breath in. Okay, was war hier schon da falsch? Ich schau dir gar nicht zu, aber das ist auch egal. Oh, der bleibt da drauf kleben, der Konk geht gar nicht mehr hoch. So, Part 15. Dugred Moron schreibt, Hahaha, Gott bless Sariel, kleiner als 3. Aggresse schreibt, stoppt die Drosselung. Part Nummer 16. Sieben Kommentare. Counterfei13 schreibt, wenn mehr so Bonusräume kennen, kehrt Zensurkonnen bald zurück. Dazinterwizard schreibt, 1,44. Huch, an den Wiggler in Partica Caverno kann ich mich gar nicht erinnern. Wahrscheinlich hatte ich das Level einfach bis dahin immer gebraked. 2 Minuten 10. Wer kennt es nicht? Castlevania, das RPGs Spiel aus der Mega Man Reihe. 7 Minuten 18. Schwierig zu sagen, ohne das genaue Setup zu kennen. Der Wiggler hat eine Turnaround-Frame-Rule und bleibt kurz stehen, wenn er rot wird. Aber bei einem Wiggler in einer 1x1-Box sollte das egal sein. Mit genügend X- und Y-Speed kann es passieren, dass man unter die rechte Wand springt. Aber im Video sieht es nicht danach aus. Nach dem Orb hat man zu wenig X-Speed dafür. Das ist relativ präzise. Passiert zum Beispiel, wenn man auf dem rechtesten Subpixel, der nicht zu lieden LED steht, und dann nach rechts läuft. Danke übrigens, Dazin, für den Tipp. Ich habe die Stelle nochmal entsprechend bearbeitet. Und bisher bin ich zumindest nie dran gestorben. Und 28.15 Uhr in der Aufnahme sieht man Thunderbird zwar nicht, aber hören kann man es trotzdem. Jetzt kommen die Dreiecke. Heisenbred hat geschrieben, 7.25 Uhr müsste Fiat Lux nach bisheriger Namenskonvention nicht Fiat Lux heißen. Also mit V geschrieben, Herr Sariel. Jetzt aber ist auch dein Ersatzärzler, oder? Wann einmal dank an Heisenbred, dass ihm das aufgefallen ist und ich das entsprechend korrigieren konnte. Spakes hat geschrieben, Minwalt brauche ich immer noch Jahre, bis ich irgendwas auf dem Web finde. Suley Khan hat geschrieben, die Musik ist leider viel zu leise. Der Great Mochon hat geschrieben, 35, 38, Herz, Herz, Herz. Part Nummer 17, der Part, wo du das Undertale-Level ohne Safe-States gespielt hast. Ah. Beryl Rassierer schreibt, Megalovania ist zwar ein starker Track, aber meiner Meinung nach nicht der Beste. Alter habe ich ihn schon tot gehört, weswegen ich ihn nicht mehr so feiere. Hingegen finde ich das Standard-Queen-Battle-Theme aus Delta und Graz so mein persönliches Highlight. Mal schauen, wann ich den tot gehört habe. Hä? War aber wirklich gut umgesetzt und daher Glückwunsch zum Absolvieren ohne Saves. Dark Red Mochon hat geschrieben, warum hast du eigentlich Undertale nicht LP'd? Und wenn ich schon dabei bin, wann kommen die Let's Plays zu Deponia 2 bis 4 und wann geht Iwone wieder Vorschi weiter? Konku 88 hat geantwortet, ich habe Undertale LP'd. Dark Red Mochon hat geschrieben, upsie, denn hat es mich damals nicht interessiert, Sareik. Aber wenn wir schon dabei sind, Deponia 2 bis 4 ist für die Switch noch ein paar Tage im E-Store für 1,90 pro Teil erhältlich, wie wär's? Konku 88 hat geantwortet, ich habe, glaube ich, alle Deponia-Teile schon, aber ich weiß nicht, ob ich das mal weiterspiele, die sind jetzt eher weniger Teil meiner Planung. Dark Red Mochon hat geantwortet, keine rechtfertigen, notwendig, all good, sind halt einfach großartige Spiele, was natürlich korrekt ist. Hey, ich check. Wie kann ich mich denn da halten? Ich muss mich doch da irgendwie halten können. Part 19 Drei Kommentare Herr Kresser schreibt, wann kommt eigentlich Pantheon 4? Lull? Konku 88 antwortet, Lull ist die richtige Antwort darauf. Frakes hat geschrieben, das Lied ist übelst komisch, D-Abo. Das Lied ist ohne States ein richtiger Cat-Jammer. Ja, du musst Celeste spielen. Lustig, wie du denkst, dass Silksong bald kommen wird. Ich denke, da können wir noch etwas länger warten und probieren es lieber so, als dass das Game in Endeffekt nicht gut wird. Erwartungen an das Spiel sind sehr hoch und wollen wohl auch eher rausfinden. Oh, lol! Ja, ne? Schön, wie das hier funktioniert. Ja, jetzt hätte ich mir eher rausfinden können. Part 20, der blaue Switch Palais. Fünf Kommentare. 1993, Espada hat geschrieben, 24, 30, hab mich schon gefragt, wann du realisierst, dass du trotzdem oben 30 stehen haben musst. Hunter Fight 13 hat geschrieben, da du noch nie erst im Wege gespielt hast, kann man verstehen, dass du nicht weißt, wie viel Münzen man braucht. Hunter Fight hat sich selbst geantwortet, wie du sagst, du übrigens lost, aber entspannt und nicht entspannt, aber lost. Wir wollen hier ja mal schön bei den Fakten bleiben. HF hat geschrieben, 50 Minuten lang gebraucht, am Ende lässt du trotzdem einfach noch zwei Save-States. Oh je, oh je. Sulekan hat geschrieben, ist das dein Ernst? Part Nummer 21, von wegen Fenster zum Himmel. Acht Kommentare schon wieder. Irgendwer mit japanischem Namen hat irgendwas japanisches geschrieben. Roffel Smiley, nice, nochmal Roffel Smiley. That's it. Sulekan hat... Ja, Glückwunsch, ne? So, was wäre jetzt eigentlich passiert? Ach, der käme eigentlich. Richtig. Deswegen ist da oben eine Starcoin. Richtig. Sulekan hat geschrieben, die Musik klingt furchtbar, vor allem, wenn sie so abgehackt wird. Damit hätte ich durch die Tür ja auch bestätigen. Damit hätte ich durch die Tür oben gehen müssen. Ja, jetzt bring dich um und alles ist gut. Achso, okay. Hunter Fight hat geschrieben, hast du schon ein Weihnachtshack? Conan Kun hat geantwortet, Nope, darfst gerne was weihnachtliches vorschlagen, wenn du einen weißt. Aber ich schaue die Tage auch selbst mal nach, theoretisch. Dazin hat geantwortet, Labyrintho Neger ist ein tolles Schneelevel aus Gorilla Margo 2. Conan Kun antwortet, abgelehnt. Conan Kun hat geantwortet für das Protokoll, ich habe jetzt einen. Hunter Fight hat geantwortet, gut, ich habe nämlich nicht geguckt. What the heck ist denn jetzt hier los? Ja, hier vielleicht mal einen Raum pro Savest, äh, einen Savestate pro Raum machen, ist ja nicht so schwierig hier. Das sind alles One-Scream-Räume, die dich jetzt erwarten. Ah, Schlüssel. Part 22, Achtung, Fisch. Ein Kommentar von TheRealRasierer, der Fisch ist mit Abstand das Beste am Heck. Part Nummer 23, äh, Version 1.0 von, äh, Domicilium Elsti. Twix hat geschrieben, Sarge, Sieg wird zensieren wollen, aber One-Piece schauen, was wohl um einiges obszöner ist. Counter Fight hat geschrieben, 2G plus für nächstes Video, alternativ Muster. Part Nummer 24, 1903, 1903, Respada hat geschrieben, gerade erst realisiert, dass ein Startbildschirm an ins Store spielt. Opening, vom Burkurano-Animi. Sulekan hat geschrieben, was meinst du mit, der immer lädt, egal wie oft ich mich verlade? Konkon 88 hat geantwortet, äh, Stelle. Sulekan hat geantwortet, 10 Minuten 52, Konkon hat geantwortet, Ah, ich meinte, der Midway ist ein automatischer Save-Point, der immer lädt, egal wie oft ich den Save-State hier, also egal wie oft ich den Save-State falsch setze. Wenigstens ist der Midway ist fest. Verlade war natürlich immer wieder völliger Quatsch. Part Nummer 25, der gelbe Switch-Place. Sulekan hat geschrieben, es heißt Ludum Parvum, auch wenn die Autokorrektur immer einen Luxus-Parfüm daraus machen will. Part Nummer 26, seine Versuche an die Feder zu kommen und das Standbild beim Einsammeln sind urhe komisch. Trakes hat geschrieben, Grüße von Trakes und Conny ist ja echt schon fast done. Wow. Ja gut, wenn wir jetzt bedenken, dass wir jetzt bei Parts 40 sind, war das damals ja zumindest etwas mehr als die Hälfte. Part Nummer 27, war der Weihnachtspart. Counterfeit hat geschrieben, naja, es ist ja noch Weihnachten heute. Ansem, Geib hat geschrieben, mich erinnert die Musik an Zelda Ocarina of Time bei den Gerudos. Flakes hat geschrieben, Credits sind für die Leute, die das Spiel abgeschlossen haben. Sulekan hat geschrieben, da kommt schon, da kommt schon, Anführungszeichen, der Anführungszeichen Ende. Der Gress hat geschrieben, Frohe Weihnachten, schön wie du die Toho-Musik zerstückelst. Ich habe geschrieben, 2021, also damals bei Minerva, bist du genauso, äh, bist du schneller auf Talos Principle gekommen, auch wenn es immer noch genauso falsch ist wie damals. Conny hat geantwortet, das hat mich total geflasht. Ja, Connycon hat geantwortet, lol, wow, Gedächtnis wie ein Sieb, mir kann man echt immer, mir kann man echt alles immer wieder vorsetzen. Ich habe geantwortet, ach, und bei ca. 16 Minuten hättest du dein Scheld schon bei der linken Wand machen sollen, aber ich weiß ja, dass der Hack dir zu einfach ist und lieber umständlich harte Versionen spielst. Part Nummer 28, der rote Switch Palais. Kein Kommentar. Ah, falsche Taste. Part Nummer 29, ein Kommentar von Twakes, naja, Barb ist bis dem letzten Mal seinen Twitch-Rückblick durchgegangen und kam auf durchschnittlich 9 Stunden Daily Streams. Wenn du jeden Tag mehrere Stunden SMW spielst, wirst du irgendwann automatisch besser, I guess. Oh. Part Nummer 30, das Schloss Infinitum, wo wir vorhin mal drin waren, drei Kommentare. Counter Fight, spiel am Ende noch einmal alle Level in der Conversion, Twakes, Matchen, ein Phasenboss, was ist denn da los? Und da ziehen, 533, das 1f0, unter dem Stein fällt tatsächlich, dass man da durchspin schampfen kann, dass Sprites auf 1f0 ein Pixel weiter oben sind, als Sprites auf normalem Boden. Oh Gott, das ist was hier. Ja, richtig, das ist der lustigste Raum überhaupt. 24, 55 oder genauso anwesend wie die Leute in der Enferi-Konfli, wenn du beim Schachspiel ihre Türme umsonst verloren haben. 37, 14, Conan Pleas, das ist ein vertikales Level, da die Spawn, der P-Switch nicht. So, wir haben es noch. Ich kriege die Krise. Ich kann nur We-Craps nicht. Ich kann nur We-Craps nicht. Slow-Moe. Was bist denn du für einer? Ich kann nur We-Craps nicht. Das ist, oder ich muss das Sorge ausmachen. Dann unterbreche ich ja sogar das Vorlesen, weil ich so schockiert bin. Ja, ich kann nur We-Craps einfach nicht. Das ist was ich. Ja, dann wird es Zeit, das zu lernen. Conan, please. Aber danach bitte nochmal ohne Slow-Moe, das geht ja gar nicht. Okay, Nicht mal Tweaks hat Slow-Moe dafür gebraucht. Ich kann nicht. Was will das heißen? Das hatte ich ja schon in diesem Kaiser-Kindergarten-Ding. Das ist, nee, ich kann das nicht. Das ist eine der schlimmsten Sachen. please. Ich kriege diese Koordination nicht hin. Das haut nicht hin. Das schaffst du. Das sind fünf Stück. Das ist notfalls halt einfach Glückssache. So. Da, schau, jetzt bist du eh bei Midwaypoint. Da kannst du noch warten. Ich kann es dir nochmal probieren, aber ich kriege die nicht hin. Also, ich weiß es genau. Wie wäre es mit folgendem Kompromiss? Ich lese noch die Kommentare der letzten vier Parts vor und wenn du es bis dahin nicht schaffst, schau ich dir noch eine Minute zu oder so und dann kannst du ja von mir aus einfach nur mit Midwaypoint stehen. Mich zündet es beim ersten oder zweiten auf jeden Fall nach oben oder beim dritten. Naja, wir schauen mal. Part 31 hat zwei Kommentare. Drake's Die Frage ist halt, ob ein Practice-Door ein Level besser macht oder ob ein Level einfach ein grundlegendes Problem hat, wenn man überhaupt Practice-Doors benötigt, damit der Spieler ein Level gut spielen kann. Suley Khan hat geschrieben, du kannst ja toll zählen. Zweimal drei Levels an den Rändern und vier unten sind also neun. Part 2 Nein! Ja, das war eng. Part 32 hat keine Kommentare. Part 33 hat fünf Kommentare. Frohes neues Jahr von Will Rasierer. Suley Khan hat geschrieben, kommen aus den Portalen Portale raus. Spakes hat geschrieben, wo ist mein Happy New Year Overlay? Felix Irgendwas hat geantwortet am 01.01.22. Erwarte ich von Conan eher ein Frohes Silvester-21-Overlay. Conan von 88 hat geantwortet, hatte ich sowas mal? We-Grebs sind das Schlimmste, was man mir entgegenwerfen kann. Und Part 34, der Part, der heute erst noch rausgekommen ist. Suley Khan hat geschrieben, hat die Null oben mittig eine Bedeutung? Conan von 88 hat geantwortet, die ist mir nie aufgefallen, aber dieses Thema haben wir inzwischen auch schon geklärt. Richtig. Äh, ich ich verstehe nicht, also das irgendwas machen, diese Dinge mit meinem Kopf. Ich weiß nicht was. Du musst halt quasi immer dann springen drücken, kurz nachdem du vom Koopa abgesprungen bist. Ja, aber genau das ist, ich bin zu blöd für sowas. Beziehungsweise es ist ja eigentlich so, dass du sogar noch drei Frames quasi extra bekommst durch den Emulator-Delay. Das heißt, du kannst im Prinzip schon springen drücken, genau in dem Moment, in dem du auf dem Koopa landest, weil der Delay dafür sorgt, dass du dann den perfekten Regret machst. Oh mein Gott. Na schau, du kriegst das schon noch hin, ein bisschen Ausdauer und Kontenanzherkunft. Und ja, wie gesagt, an dieser Stelle sind wir einmal durch mit den Kommentaren, die bisher geschrieben wurden. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die dieses Projekt bisher verfolgt haben und diese 40 Parts bisher angeschaut haben. Ihr seid alles wunderbare, tolle Menschen und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei. Wie mache ich das? Ich verstehe das nicht. Vor allem an den ironischen Seitenlieben, die ich Koinen manchmal zukommen lasse, um es mit Darzinsorten auszudrücken. Wie habe ich das gerade gemacht? Ja, wie gesagt, Regrets sind an sich keine große Kunst. Es steht halt wirklich nur darin, springen erst zu drücken, nachdem du abgebounced bist. Boah, ey. Ja, okay, das war jetzt schon bitter. Haaaah. Also der war jetzt richtig bitter. Da rollte ja sogar mir fast schon eine Träne über die Wange. Trauriger als jeder One Piece-Tod. Ja, naja. Was siehst du, schaffst es schon. Oh mein Gott. Fun Fact, da sollten früher mal acht Koopas sein. Ja, nee, ist noch reduziert. Alter, ich kann diese Dinger nicht. Das ist, das war jetzt ja auch wieder nur pures Glück. Das ist ja nicht, dass ich es jetzt gekonnt hätte oder so. Oh Gott, nee. Das sind, das sind vor allem Übungssache. Das sind vor allem so Sprünge. Jedes Mal, wenn das schief geht oder so, das ist was, was mich enorm, enorm aufregt. Deswegen wollte ich das erst mal skippen. Weil das sind, das sind, das sind Stellen, da geht mein Puls hoch. Also man hat bei HF auch schon eine gewisse Verzweiflung in der Stimme gehört, als er das ohne Saves gespielt hat. Aber er hat es letztendlich geschafft. Gott. Stimmt. Ohne Saves dann zum Schluss die Weak-Wild. Ja, nee. Ist klar. Schön, wie du dich raufregst. No way. No way. Oh mein Gott. Oh, krass. Aber ich würde sagen, das war doch ein wunderbarer Part 40. Da wäre ich ja noch zusätzlich noch aufgeregt. Da kommt ja der Faktor dann wieder noch dazu. Richtig. Das macht es noch schlimmer. Nee. Nee. Da würde irgendwas fliegen. Das könnte ich nicht. Das wäre was, was ich absolut nicht mehr könnte. Also diese Räume jetzt hintereinander ohne Savesdienst, das könnte ich nicht mehr. Ohne, ohne dass irgendwas fliegt. Wobei, ich habe jetzt hier so Stressbälle habe ich zu Weihnachten bekommen. Ach. Ich kann so einen Stressball drücken. So einen Stressball drücken. Ja, perfektes Geschenk für Conan. So. Jetzt sind die drei unterschiedliche Grade. Also es sind drei Stressbälle und die sind unterschiedlich hart. Ja, da brauchst du schon den härtesten von allen für die Wegrabs. Für die Wegrabs reicht den härtesten von allen, ja. Aber das ist, ich meine, es ist ja noch einer von den Standardtricks eher. Also, wenn ich jetzt sage, das ist das Schlimmste, was man mir entgegenwerfen kann, natürlich sind Walljumps schlimmer, um Gottes Willen. Aber so vom, vom, den normalen Tricks her. Ja, im Prinzip waren alle diese Räume irgendwo normale Tricks. Beim ersten Raum ausweichen, Shelljump auf dem Delfin. Ja, richtig. Keine Ahnung, präzises Schwimmen, schnelles nach oben springen bei den Hotheads und hier eben jetzt zum Beispiel Wegrabs. Alles Standardtricks eben in sieben Räumen aneinandergereiht. Ja, dann mache ich lieber einen Doppelshelljump. Stimmt, der fehlt noch. Mach mal einen achten Raum dazu. So. Kappa wird uns nicht. Okay, so. Aber an der Stelle schließen wir den Part ab, ne? Würde ich auch erstmal meinen, du probierst den Boss vielleicht einfach mal ohne State zum Notfall, wenn du nach 10 Minuten den Raum immer noch nicht geschafft hast. Dann kannst du ja mal einsetzen. Also es kommt jetzt nur noch der Boss. Richtig. Okay, das heißt, nächstes Mal ist dann Boss Part und dann schauen wir mal, ob ich das Bosshaft abliefern kann. wahrscheinlich nicht. Alles klar. Das macht dir nichts. Du hast dich ja halbwegs gut hier durchgestatet. Genau. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Das heißt, nächstes Mal der finale Part von Infernum. Ich bedanke mich auch fürs Anschauen sämtlicher Videos von euch, für sämtliche Kommentare, die ihr geschrieben habt. Teilweise wirklich mit sehr nützlichen Feedback auch. Und ja, bis morgen dann zum finalen Part wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, behalte das auch weiterhin bei, aber das habt ihr bisher dann ja eh getan. Nur, dass wir die jetzt noch nicht vorlesen konnten, die Kommentare, weil diese Parts noch gar nicht draußen sind. Okay. Bis zum Portal Part ist alles hochgeladen. Ne, Quatsch. Der, einer mehr, einer mehr. Richtig wechselnde Power-Ups. Richtig, mit der Null. Genau. Die Null, die uns immer beschäftigen wird. Genau. Gut, dann bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ich hätte natürlich auch behaupten können, die Null ist dort oben nur, weil der Spieler selbst wie eine Null spielt, aber das wäre gemein. Nein, ich habe ja dann gecheckt, woher sie kommt. Richtig. Sonst hätten wir es im ersten Video gar nicht eingefallen. Hätte ich gar nicht mehr dran gedacht. gemacht. So. Es macht voll Spaß in diesen Bällen, aber ich muss jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Livecam, bitte. Ne, 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 alles gut. So. Okay. Bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüss.